Hey, was geht ab? Hier ist der TwainLP mit dem VQ Online. Statt zu dritt nur zu zweit bei Iron, der wollte eigentlich mitmachen. Und der ist aber jetzt für zwei Wochen erstmal schön in den Urlaub geflogen. Geschwein gefahren, nicht geflogen. Und deswegen werden wir jetzt erstmal alleine hier machen, Minecraft. Feed the Beast natürlich. Feed the Beast, also das ist ein ziemlich krasses Modpack mit 69 Mods, mittlerweile schon. Und ja, es regnet. Und wir machen das in Staffeln. Das heißt, jeweils 25 Folgen und dann kommt wieder Touchlight 2 und dann wieder Minecraft und dann eventuell wieder Touchlight 2. Mal gucken, wie lange Touchlight 2 überhaupt noch geht. Und wir wollen jetzt endlich mal langsam loslegen und rumwandern hier. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal da in die Ecke, oder? Da, wo die Bäume sind. Genau da, wo Holz ist. Also, die Leute, die es interessiert, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich muss jetzt erstmal meine Mausempfindlichkeit noch ein bisschen höher setzen. Also, ich muss meine Mausempfindlichkeit noch ein bisschen höher setzen, also. Nee, das geht nicht, Alter. Also, ich habe 145 Prozent. Es schneit! Moment, ich muss mal die Sensitivität. So. So. Ah, angenehm. Ich habe dich wohl. Wie ihr sehen könnt. Erzähl. Wir sind hier in einem sehr schönen Biom hier gelandet. Also, ich kann es mal aufrufen. Wir sind hier beim Beach-Biom. Und da ist ein Baum, den ich mit der Schnecke. Ey, wo bist du denn? Ähm, hier bei dem Baum. Alter, wie das regnet, ey, ne? Oh ja? Oh. Entschuldigung. Ach so, übrigens, ähm, ja, Entschuldigung. Übrigens, äh, wollte ich noch dazu sagen, dass ihr die Sicht von Vic auch auf seinem Kanal jetzt, äh, sehen könnt. Also, geschweine, nicht Jetze, sondern, ja, Jetze, schon, klar, aber auf seinem Kanal, ne? Genau. Und wir machen halt nicht Bild in Bild, weil Bild in Bild total gay ist und, äh, deswegen, ja, Iron-Sicht, wenn der dann wieder da ist, wird nicht da sein, weil Iron, das ist halt nur ein Spiel-Kumpane, mit dem ich früher total gerne World of Tanks gezockt hab. Ja, und der ist halt auf Minecraft jetzt total stehen geblieben und der wollte halt unbedingt mitmachen. Und wo gehst du denn jetzt lang? Ja, ich bin hier gerade kurz nach oben gegangen, um da hinten mehr Häuser zu farmen. Ach so, ich geh wieder zurück, lol. Ja, ähm, komm mal mit. Ich komm schon mit. Also, wie gesagt, Trend of FTB, also Feed the Beast über den Feed the Beast Launcher, ich, äh, hab mir das einfach mal komplett zusammengekloppt, also Mods einfach ganz standardmäßig, Craft-Ordner, ähm, hier nicht reinlaufen. Ähm, da kann schon, das hier, was ich hier gerade angreife, hier, hier unten, das ist, ähm, ja, Sand. Das ist doch, das ist doch Erde. Nein, dann spring rein. Treibsand, oder was? Ja, genau. Das ist Treibsand. Können wir auch abbauen. Geil. Und mitnehmen. Das ist, äh, das ist eine richtig geile Zombie-Falle und so. Genau. Wie immer, also ich hab die englische Version auch an, es heißt Quicksand, also das ist einfach nur der normale Sand, dann, ähm, aufpassen. Da unten ist Wasser. Ach, ne, das ist normales Wasser. Ich hab mir mal den Baum an, ah, warte kurz. Oh, ich hab Holz abgebaut. Okay, ich hab nen fetten Leck. Alter, ja, der Server leckt mal wieder. Geile Scheiße. Ja, wir spielen halt auf nem gesponserten Server, ja, den ich damals bekommen hab. Und den ich immer noch besitze. Wunder. Oh, es hat aufgehört mit Regnen. Ja, es hat aufgehört mit Regnen. Yay. Wir haben die ganze Zeit, oh Gott, wir sind scharf. So, ich hab die zweite Stück Wolle. Ja, ich hoffe, ihr habt den Wicke jetzt noch gut tönen können, wenn es noch geregnet hat. Übrigens Regen, ja, bei mir hat das richtig grad geschüttet, ey. Ich konnte, wir wollten schon früher aufnehmen, ja, aber wir konnten's halt nicht, weil bei mir übelste Hagelkörner grad runtergekommen sind. Und wie ihr wisst, wohne ich ja unter dem Dach. Und, äh, ja, ich wohne unter dem Dach. Ja, ne, äh, das Schaf backt grad bei mir mal so rum. Ja, das ist der Server irgendwie. Ich muss den da irgendwie nochmal resetten, aber das mach ich dann in der nächsten Session. So, wie viel Holz hast du denn jetzt schon, weil... Äh, Holz hab ich sechs Stück. Ähm, ich mach mal NEI erstmal aus, weil das nervt mich ein bisschen. Ich hab aber jetzt vier Stück Wolle. Mhm. Und wir brauchen definitiv erstmal ein bisschen mehr. Ja, wir müssen, wir müssen neun Stück Wolle haben. Wir müssen ja unbedingt drei Betten bauen. Ja, auch für Iron. Genau, für Iron. Und wir haben uns immer noch nicht überlegt, was wir bauen. Wir werden uns erstmal ne schöne, fette... Festung? Ne, ne Festung nicht bauen. Wir werden uns erstmal einen schönen Erdbunker bauen, würde ich sagen, so zum Überleben. Okay. Und, äh, werden hier ziemlich viele Schafe schlachten und Schweine finden, schlachten und Hühner finden, die Eier legen und die wiederum mit, äh... Achso, übrigens, kennst du den Bug mit dem Ei und dem Huhn? Äh, nein, glaub nicht. Ähm, oh, da ist ein... Oh, ein Leopard, Alter. Oh, scheiße, Leoparden? Ja, das ist Small Creatures. Und gefährliche Tiere. Okay. So, da ist grad ein Schaf in Quicksand gewesen. Das ist super. Achso, da ist... Und da ist ein Schaf. Ach, da. Ähm, ich crafte mir jetzt erstmal ne Axt, Alter. Geschweine. So, ich bring grad so. Wo bist du denn? Ähm... Alter, ich weiß nicht mehr, wie man Holz craftet. Ähm, Holz einfach in einen Vierer-Vierer-Bereich reintun. Ich hab's schon. Das war's. So. Ich seh vor mir ne sehr schöne große Ebene. Also, ich hab Opti-Fan an, darum mit Y... Also, ich hab's mir... Ja, erzähl weiter. Hab halt dann... Moment, ich muss grad kurz was einstellen. Wo bist du eigentlich? Ich hab so ne Angst hier. Hier sind Leoparden, Alter. Und ich seh dich gar nicht. Ähm... Oh Gott. Wir haben uns getrennt. Oh mein Gott. Also, ich bin... Ich bin bei 119, also plus 119, 47, minus 91, 17. Du hast doch oben die Race-Mini-Map, ne? Gereist, ja. Und dann kannst du die Koordinaten ablesen. Ich bin bei minus 90. Und... Also, plus 118, 95, minus 90, 83. Und auf der Position bin ich. Und dann musst du jetzt hinlaufen. Und dann findest du mich wieder. Äh... Wo bist du hingegangen? Ich bin nach rechts gegangen. Okay, ich seh hier grad noch ein weiteres Schaf. Sag mal deine Koordinaten. Ich komm nun gleich zu dir. Äh... 100... 100... 46, 07, minus 98, 94, 97, 98. Alter, du bist... Was, 100... 148, minus... Ah! Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Hinter dir. Bleib stehen. Bleib stehen. Hinter dir. Hä? Ah! Moin, was geht? Boah, ey, blind wie sonst was. Äh, ich wollt, ich wollt irgendwas noch erzählen, aber, ähm... Ach so, übrigens, wenn ihr wollt und wünscht, äh, lege ich auch noch unter die ganze Sache Musik, aber ich werde halt nebenbei keine Musik laufen lassen, oder so, oder werde ich Musik nebenbei... Also, was ist besser, Minecraft nebenbei Musik laufen lassen oder Musik nebenbei Minecraft laufen lassen oder danach beim Rendern die Musik unterlegen? Ich würd beim Rendern immer sagen, denn jetzt kann's ab und zu nerven, ich brauch jetzt definitiv was zu futtern, merke ich gerade, sonst sterb ich jetzt schon. Echt, wirklich? Ach stimmt, wie... Ah! Wir haben... Nein! Nein! Hilf mir! Hilf mir! Weg! Hilf mir! Scheiße! Also, ich sterb jetzt zu schrei. Treib Sand! Hilfe! Ich seh dich, ich seh dich, ähm... Einfach die Blöcke daneben abschlagen. Moment. Ja, jetzt bin ich tot. Ich seh nix mehr! Ich bin da unten da! Nein! Hilf mir! Hilf mir! So, ähm... Ich bin tot. Ja, schön. Ich craft mir zum Beispiel eine Küste. Boah! Der Silber liegt. Was? Oh ja, super. So, face is in the wall, alter! Kannst du mal bitte... So, da ich weiß, dass ich bald sterben werde, durch Hunger. Und wie... Ich weiß, dass wir Reiß Minimap haben. Mach ich hier. Mein D-Point. Oh mein Gott, das wird wieder unternkelt. Wollen wir uns mal schnell eine Hütte bauen? Hast du sechs Wolle oder so? Ja, hab ich. Gut, äh... Ja, dann lass uns mal schnell hier irgendwie irgendwas ausschlachten. Ja, ähm... Ich brauch definitiv was zu essen, weil... Ja, du musst halt einmal sterben. Du nützt nichts. Du musst sterben. Ich sterb grad aber einfach nicht. Hier ist ein Huhn! Ja, nimm mit. Oh, ich hab jetzt zwei... Huhn, bleib hier, Huhn! Er stirbt! Ich glaub... Okay. Ich hab einen Huhn. Ich hab für dich... Weißt du, wo du gestorben bist? Ja, ich hab meinen D-Point eingeschalten. Das Point, okay. Das Point. Ich bin genau da. Und baue mir grad ne Erdkühle. Alter, hier ist schon wieder Treibsand. Überall Treibsand. Ja, darum aufpassen, bitte. Boah, was ne Scheiß, ey. Es wird dunkel! Wo bist du? Ach, da, okay. Hast du schon zwei Betten gebaut? Ja, hab ich. Hast du... Hast du... Ich brauch Fackeln aber. Ja, warte. So, wir werden's jetzt hier ganz kuschelig haben. Ja, komm. So. Wo hast du die Betten? Ja, die sind da. So. So, genau. Aua! Oh Gott, du stirbst. Wieso sterb ich? Halt, guck mal hier. Das ist genau zwei Block hoch gewesen. Du warst halt hier aufgewacht. Da war ein Block dran. Du wolltest mich umbringen, ey. Was stammlos. Nein, wollte ich nicht. So, aber ich glaub, die Items sind jetzt nun weg. Äh, kannst mal schauen. Du kannst einfach das komplett ausgraben. Also hier, hier, Hühnchen für dich. Danke, gib mal her. Oh, jetzt hab ich das Hühnchen wieder aufgenommen. Jetzt hab ich das Hühnchen schon wieder aufgenommen. Ja. Okay. Ich behalte das. Ich glaub, ich krieg jetzt gar keinen Hunger mehr. Ach, scheiß drauf. Das war, das war eh jetzt, äh, nur Holz. Dann crafte ich uns erstmal ein paar wichtige Sachen. Ja, genau. Dann lass uns mal Steine abbauen, dass wir uns einen Ofen bauen können. Erstmal hier noch eine Holzhacke. Bumm. Hola. So. Ähm. Ach, siehste, eine Holzhacke hab ich noch. Ja, die hab ich dir grad zugeworfen. Ach so, sag mir das mal. Hab ich doch grad. So. Ich hab sogar ne Aufnahme, die das beweist. Uh. So. Jetzt gibt da, ne. Ich hab ne, 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 ich hab ne Beweis. Anderen Sachen. Alter, ich will mir das Ganze craften, ja. So, dann lass uns mal weiter wandern gehen. Moment, ich nimm mal mein Stuff mit. Ich hab den extra hier. Jetzt hat er schon ne Truhe gebaut, ey. Ja, ach ne, ich wusste ja nicht, wie, ob ich jetzt schon sterbe durch, äh, Dings. Ah, er wusste nicht, aber er stirbt. Du hast ne sichere Methode, seine Sachen aufzubewahren. So. So, Betten mitnehmen. Remove, keep, on, remove, keep, remove. So, jetzt ist er gelöschtet. Alter, das, das ist ein Hin und Her mit den, äh, Deed Points. Death Points, Deed, Deed, Deed Points. So. So. Ich hab dein Bett auch noch mitgenommen. Hier kommt gleich ein Sohn, Sohn. Oh, grünes Wasser. Oh, geil. Genau, äh, ich muss jetzt extremst aufpassen. Hm. Das wäre auch ne ziemlich geile. So. Stelle. Eine sehr sichere Methode runter. Nein! Jetzt. Ah, ah, nee. Genau, du kannst zur Seite nämlich rausziehen. Ich hasse Treibsand, schon mal gewusst? Ich hasse es. Ich hasse es. So, das nehmen brauchen wir noch. So. Folgst du mir? Moment, ich snack mir mal ein paar wichtigere Sachen. Denn ich bin jetzt grad eh Arsch langsam, weil ich nichts machen kann ziemlich. Ja, ich renne ja auch nicht, also. Ich renne ja gar nicht, weil wir wissen ja, wir wissen ja, dass, äh, hast du eigentlich die Betten mitgenommen? Ja, hab ich grad eben erst gesagt. Hier sind Pilze, hier sind haufenweise Schafe. Äh, Schafe umbringen erstmal. Denk dran da. Äh, ja. Oh, ich wollte grad sagen, Huhn, aber dann war's doch wieder ein Schaden. Ähm, so, ich brauch noch ein Stück Wolle, dann hat auch der gute Iron sein. Ein Dorf, ein Dorf. Siehst du was? Ähm, Dorf, Dörfer find ich auch ziemlich nett eigentlich für anfangen, um zu überleben. Ja, erstmal. Weil man kann da einfach mal drin wohnen. Nö, erstmal das und zweitens, man kann klauen. Wo rüben? Ähm, also die Leute, die jetzt bei mir zuschauen, die sehen grad wirklich, wie extrem's bei mir leckt. Und dass ich halt am Stern bin. Das ist mein Nebenbei. Die, das... Okay, da ist das Villagerdorf. Nur mal sich da gehen mit X. Hm, oh, da ist Nahrung, das ist mal genug Nahrung. Erstmal mitnehmen. Ah, auf jeden Fall, Alter. Nahrung. Und das Schöne ist, das ist für mich, also ich bin meistens immer die ersten, keine Ahnung, also die ersten, meistens die ersten paar Minuten, die ich hier Minecraft verbringe. Und dann, wenn ich ein Dorf dann in der Zeit finde, verbleibe ich auch in dem Dorf, weil es ist einfacher zu überleben, erstmal. Ey, ich spiele das mit... Wieso spiele ich das mit 15 FPS, ey? Ähm, ich hab 40. Pervers, ey. Ich muss hier grad mal so Grafikanstellungen machen. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist erstmal genug Nahrung und... Ähm, äh, 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 ab. Holen? 30. Komm, bauen wir ab erstmal. Ah, schon besser. 22 FPS lässt sich doch schon viel, viel einfacher spielen. Also, 25 FPS ist so eine Schmerzgrenze. Nimmst du das ganze Fressen mit? Ja, ach nee. Ey, ich bin halb am Verhungern. Natürlich nehm ich das ganze Fressen mit. Weißt du, was wir machen, wenn wir dann Dynamit und so'n Scheiß gebaut haben? Oder noch besser, radioaktiven Sprengstoff? Dann jage ich dich. Nein, danke. Uh. Dann... Was handelt der? Ne. Zu teuer? Ey, Junge, was bist du? Ey, Cookies! Oh mein Gott. Cookies! Ja. Der will Cookies. Ne, der will keine Cookies. Hier ist nichts. Da ist ein halbes Haus. Äh? Wo ist dein halbes Haus? Äh, weißt du, wo ich bin? Wo denn? Moment, ich... Ich rufe. Vielen Dank.